Kappa ist Secondary Höchst. Danach kommen Mithril und Titanium. Dann noch Uran 265. Macht man dann auch immer unterschiedliche Maps, je nachdem, welcher Edoman ist? Ja. Färbt sich je nach Farbe. Auch die Map kriegt noch ein paar Schwierigkeiten. Gerade gibt es so Höhenunterschiede, dass die Skillshots zum Beispiel manchmal nicht treffen. Und Fallen oder was kriegt man dann noch? Was? Fallen vielleicht? Ja, ja. Ja, auch. So Feuergruben einsparen. Das höchste ist Nuketown, was du kriegen kannst. Hast du geachtet, was der Yasuo machen konnte? Mit dem BM, meinst du, oder was? Ah, nee. Yasuo BMt mit Störung 2 oder 1 oder 3. Ja, ja. Irgendwie immer nur in eine Richtung. Und dann hat er einfach weggeklickt. Deswegen sah das so weird aus. Oh. Schade. Boom, ey. Ohohohoho. Ohohoho. Ohohoho. Come on, digga. Get a life, bro. Ohoho. Ohoho. Ohohohoho. 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 Wissen die nicht, was Squid macht? Lol. Ja, alle Minions, die wir weggenommen werden, damit ich nicht hier stacken kann. Was willst du stacken? Live. Ja, du stackst doch live. Ja. Indem ich Minions töte. Indem ich Minions töte. Oh, oder doch? Ja. Oder doch. Ja. Fick dich. Alco, du musst auf Hypertenose spielen, nicht auf Kathese, das weißt du. Ja, was? Oh no. Wichtig. Ist das dann nicht getötet? Haha. Oh, k. Digga, die denken sich auch nur so, was geht denn hier ab? Komm ja gar nicht drauf klar. Ah, W1. Da baue ich lieber Aramsen, okay. Entspannt, ne? Was kriegt der denn? Nimm mal deine Minions, ey. Ja, das ist echt voll. Kein gekriegt, Digga, aber es war gut. Das hittet nicht. Das hittet nicht. Jetzt sein sollte ein paar Tauben. Entspannt, nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Du bist dein Ziel, aber es ist ein Ziel. Und dein Ziel. Ich bin dein Ziel. Help! Oh! Oh mein Gott. Bam, dicker. Ist das die Bows? Das ist die Bows, man! Look at die moves! Hopefully. But is champion! We chillen. Nice, we chillen. Ah, nice, dicker. Jetzt haben wir wieder gewonnen. Ah, dicker. Irgendwann ist dein Trick auch ausgelutscht. Darian. Ich kann den halt nicht in Vision bei den Casting. Ich hab zu viel zu tun. BCC halt, ne? Bam, dicker. Ich kann das aber in Vision machen, du nutter. Ey, help! Oh! 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 Wie jeigse! Nie ausgelutschter Trick, bro. Das ist ja auch diesmal ein anderer Busch gewesen, deswegen konnte er damit nicht rechnen. Nice, hab ich doch noch bekommen. Nice, good job. Da war ja das reingenommen. Was ist das? Wie konnte er ihn sehen? Wie konnte er ihn queuen? Das hittet mich, oh mein Gott. Ah, er guldet. Ich hab das gar nicht realisiert. Bleib einfach reknighted, ey. Kannst du dir nicht geben, Mann. Ja. Und irgendwann hat er ein welchen Weg, was er auftritt. Warum sollte er die Yellow Card auf mich ziehen an der Stelle? Ach, come on. Ich dachte, er killt mich. Sieht wenig aus, aber ich hab immer noch 600 Leben, ey. Ah, okay, er killt mich. Da kriegst du deinen Dämonisch nicht gebrockt. Ne, geht nicht über die passive. Was? Ich hab die rausgenommen, damit man nicht so dumm Tower pushen kann. Tja, aber das haben die... Das hat man vor zwei Seasons gemacht. Gut, dass sie das jetzt bearbeiten. Oh. Ja, ist schon länger aus, ne? Ja, ich weiß, das ist bei diesem Sign-Up da gewesen. Hat er ja angefangen, noch einmal andere Sachen zu spüren. Die Balls. Die Gospiten mit dem Wlademeier. Was? Was? Ey, du đo nd Sohn. Au lilauuiuiu, Au lilauuiu, Au lilauuiui. Hohoho! Nein! O nd Sohn, ey. Wo will der denn hin? groß wie mit dem ravenmacher aus 397 max ist nicht so viel oder zwei crystals das ist so witzig wenn ich jetzt in diese designer gruppe einfach faktor käme zu einem brennenden türkenflagge aber ein sticker mein statement zu setzen und haben wieder einfach mit türken hier das ist umso witziger tatsächlich ich muss mich entspannen Er ultet dafür diese One Zone Oh Oh Oh, the bow's special We still live in Geiss Alter Tja, er dachte er kriegt mich So, ich denke immer noch den Tower btw Tja, ich zieh einfach durch Bro Niemand hält sich daran auf Oh Fuck, Alter Fuck Kill den, kill ihn No mana Guck, mein Horn hat hier 2400 damage geblockt Das Ding kostet 800 Gold Also Wenn du mal schaust über Fimble Winter 336 damit shielded Pfff Was hast du gerade gesagt? Ich hab dir gar nicht zugehört oder was? Ne, ich hab hier mit Jonas geredet Oh, die flashen Sind ja so boring, man Ja Joooo Joooo Maschine, ey Pass mal auf, Alter Ja Maldeit, Digga, ich krieg zu viel damit Steine gekriegt Ah, ich muss mich auch hochieren Okay Try out, try out, try out Easy Easy Easy, man Fuck the damn easy